Hallo, herzlich willkommen zurück zu Stray und meinem Nicht-Plan-Haben, wo ich jetzt hin muss. Verdammt! Okay, wait. Äh... Ah! Jetzt passiert irgendwas aus Katilis, glaub ich. Hm... Oh no! Oh no! Nein! Jetzt mal explodieren die einfach nach einer Weile. Ah! 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 Kacke! Nein! Nein! Lass mich in Ruhe! Oh! Kackviecher! Mann, jetzt ist der Aufzug gerade gekommen. Oh! Okay. Ich muss mir einen anderen Plan überlegen, wie ich hier am besten rumrenne. Vielleicht springe ich einfach... Ich weiß nicht, ob das geht. Sonst würde ich vielleicht einfach auf den Stahlträger wieder hoch springen. Ich schaffte es einfach bei jeder Gelegenheit zu sterben. Ob man da auch eine Chiefman dafür kriegt? Weiß es nicht. Okay. Okay, so. Komme ich da wieder hoch? Ehrlicherweise sieht nicht so aus. Okay, also ich muss tatsächlich hier die ganze Zeit dann rumrennen. Ne? Okay. Ähm... Okay, vielleicht schaffe ich es ja, dass sie in die Löcher reinfallen. Mal gucken. Nein! Direkt da rein! Lass mich... Ah! Verdammt! Okay, das war jetzt... Ja, das war jetzt nicht der beste Weg, ehrlich gesagt. Ähm... Dann nehmen wir einen anderen. Ach, kacke. Ich würde mich gerne irgendwo draufsetzen und dann einfach warten, bis der Aufzug unten ist. Und dann... können die mich mal. Aber... Ich glaube, das funktioniert nicht. Das einzige, wo ich mich draufsetzen kann, das sind die... Ähm... Die um den Schacht ringsrum sind, aber... Ah... Hm. Mist. Okay, eines schönen Tages werde ich das schaffen. Ich weiß noch nicht, ob der heute ist. Vielleicht kann ich die locken, dass sie... Ah! Explosieren die einfach so? Random? Ah, nein! Lass mich in Ruhe! Mann! Weck mich doch! Blöden Viecher, wirklich! Ah, nein! Nein! Nein, 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 nein! Lass mich in Ruhe, Junge! Die Kirschlätze! Ah, das gibt's ja nicht! Ich krieg die Kühe hier! Oh! Guck der dann vor! Huh! Gut, dass die ja nicht reinspringen können! Öh! Ekelig! Ah! So, hat der jetzt auch lange nicht gedauert! Ich krieg die natürlich die Natur auf einen Endfreude an! Oh! INFORMAT Äh, was brauch ich? Energy Drink? Nee, Sendeempfänger. Das sieht immer aus. Sieht gut aus. Ich bin echt gespannt, wie wir, also ob wir raus-, also, ja, ich hoffe doch mal, dass wir rauskommen, aber, ähm, was wir alles dafür machen müssen und wie hoch wir noch kommen und wie es dann dort aussieht, weil wenn das die Slums sind, Da, wenn das dein engaging Wort geht. Ach ja. Hö, schön. worthgre gonna say, kann ich hören? Oh! Da bin ich jetzt mal gespannt. Hier, das ist das Dach. Aber von wo sind wir denn da reingefallen? Sind wir da aus der Mitte gekommen? Ich bin wieder da. Erstmal auf den Teppich kratzen. So, reicht. Ich liebe das. Ich liebe sie. Ich kann mich den ganzen Tag nur damit beschäftigen. Okay, Entschuldigung. Achso, das war ja der Koffer. Oh mein Gott. Okay, das ist ganz cool. Habe ich mir gemerkt schon. Okay, cool. Okay. Die Bar ist hier unten, glaube ich. Das ist da, wo wir die Farbe schon hingekippt haben. Okay. Okay. Ne, warte. Eigentlich wollte ich... Das... Ne, okay. Ah, da kann ich. Das müsste rein theoretisch hier die Bar sein. Eventuell. Wieso komme ich hier nicht runter? Was ist hier los? Was ist hier los? Jetzt. Oder auch nicht. An! Ist er immer noch. Was ist hier los? Ah, das ist ein Waschsalon. Okay. Ich sehe schon, wie wir alles anzünden. Aus Versehen natürlich. Okay. Okay. Okay, aber wo ist jetzt die Bar? Superfriedliche Untersteilung, eh, Programmierung. Äh. Hm. So, hier ist keine Bar. Was ist die Bar? Ah. Cool. In der Nähe des Aufzugs. Okay. Da müssen wir auf jeden Fall mal hinschauen. Weil ein Paar wir jetzt schon. Da ist ein Peace-Humans. Oh, oh. Ja. Was gibt's da? Energy-Dreams. Juhu. Oh. Entschuldigung. Der ist einfach über mich drüber gestolpert. Der ist einfach über mich drüber gestolpert. Frech. Frech. Oh. 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 Der ist einfach hinterher. Mal gucken, wo der hin geht. Halt er einen Bart? Ah, das ist das von der, ja, ich wollte gerade sagen, das ist das von der Oma. Oh! Ah, das ist hier oben. Stromkabel. Ah, ich weiß nicht, ob die Katze für ein Stromkabelpulli zu haben ist, ehrlich gesagt. Stromkabel, okay. Ich kann ja mal gucken, ob ich jemanden... oder etwas. Ob ich Stromkabel finde, so rum. Da ist die Bar. Cool. Zählt das als Klopfen? Macht mir jetzt jemand auf? Ja, tatsächlich. Hallo. Hallo. Ich möchte sie bitte treffen. Okay, wo ist Elion? Was? Ah, ein Notenblatt. Okay, cool. Ah. Ah, ich hoffe, wir schaffen das und dass die alle hier raus können. Das wäre cool. Was ist das hier? Ist hier oben irgendwas? Nee. Oh, ich muss mir meine Katzenhaare überall verteilen. Hehehe. Okay. Okay, der kann sich hauen. Oh, oh. Ich hab's gedacht. Oh. Oh. Yes, das war. Hier gucke ich gleich. Hallo. Ah, ich will ihm Sachen zeigen. Wer ist mit einem Energy Drink? Ah, okay, cool. Der Tauschhändler, da bin ich mal gespannt. Und wie wäre es damit? Oh. Okay. Okay. Es gibt einen Tauschhändler. Okay. Nichts. Erstmal wirklich überall Katzenhaare verteilen. Und... Achte mich. Achte mich. Achte mich. Gut, dann gehen wir doch mal in die Bar. Oh. Oh, warte, ich will gucken. Gibt's hier in dem Automaten was? Hallo. Ich möchte sie kennenlernen. Ich möchte sie kennenlernen. Okay, dann nicht. Schade. Hm. Nein. Oder doch... Ah, schade. Nein. Okay. Aber... Hier müsste doch irgendwo... Das ist jetzt, glaube ich, der Tauschhändler doch... Ach nee, der wohnte in der Nähe vom Aufzug, ne? Okay. Ja. Guck, dann muss ich vielleicht spielen. Schade. Wieso spielt der auch keine Luft? Hm. Erstmal gucken, was es hier Schönes gibt. Mhm. 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 Nichts fühlt mich so wie es aussieht. Ja. Durch die Kanalisation. Ja geil, da sind bestimmt viel... Super viele von diesen Viechern. Ja, sag ich auch. Wie soll man hier runter? Ja. 龍. Ja. Vielleicht können wir die alle abfackeln. Ich habe Spiritus gefunden. Ich habe Spiritus gefunden. Warte, was ist das? Ah. Ich liebe dieses... ...Mountain. Dass man das machen kann. Es sind die kleinen Dinge. Das ist einfach weg. Gruselig. Okay, ja, ich könnte reinklettern wahrscheinlich. Okay. Na dann, let's go. Hallo. Hallo. Ja schon. Aber guck doch mal hier. Äh... Nee. Spiritus? Notenblatt? Hier. Kommt das? Ja. Okay. Okay. Ist da ein Lageplan? Die Zeit wird's zeigen. Okay, vielleicht irgendeine Uhr? Okay. Okay, wir räumen jetzt einfach alle Fotos hier runter. Ah. Die Zeit wird's zeigen. Okay, die sind... Was haben wir da? Zwei... Oh Gott, was ist denn das für eine Uhr? Die hat 15... 16? Okay. Also. Zwei... Fünf... Eins... Eins. Zwei, fünf, eins, eins. Oder? Ja, doch. Das ist eine... Zwei, fünf, eins, eins. Okay. Oh. 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 Ah. Aber ich... Kann ich das einfach so eingeben? Okay. Yes. Zwei, fünf... Eins. Eins. Hehe. Ach, ich bin eigentlich ein Genie. Was? Ich bin eigentlich ein Genie, was Sachen runter wird. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, das ist doch ein ganz schöner Abschluss, das heißt, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, bis dahin, Tschüss!